Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Heldenvorstellung. Diesmal Allianz-Quest-Beschwörung. Zwei neue Helden haben wir. Das ist ja fast sporthaft. Ja, aber die gucken wir uns an. Los geht's. So. Darauf ein Treckergelenk. Also ein lecker Getränk. So. Wollen wir doch mal gucken. Zwei neue Helden. Helden-Sinne. So. Fangen wir an. Erster neuer Held. Cecilia. Das soundet. Cecilia ist Familie durch. Ja. Kennste ein Tier, was in Bayern lebt, mit A? Ein Hirsch. Verstehst du? Ja. Kennst du ein Tier mit N, was in Bayern lebt? Noch ein Hirsch. Ja. Und ein Tier mit S? Schon wieder ein Hirsch. So, komm. Jetzt haben wir auch alle durchgekaspert hier. Mega. Ein Hirsch. Kann ich mehr. Ja. Scheiße. Okay. So. Also Hirschfamilie. Ja. Bonus. Ein, zwei oder drei Helden. Ja. Alle erhaltenen negativen Statusänderungen werden durch eine 40-prozentige, 60- oder 70-prozentige Angriffsstärkung für drei Züge ersetzt. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt also, oh, da haben wir es wieder. Nee, dich wollten wir nicht, Vinny. Ähm. Das ist eigentlich ganz gut. Weil schlicht und ergreifend negative Kacke immer umgewandelt wird in Angriffsstärkung. Kannst nicht meckern. Ja. Kannst nicht meckern. Zusätzliches Passiv. Dieser Charakter stellt 5% Leben wieder her, wenn er einen Bonus oder einen positiven Stapler hält. heißt also auch, er stellt 5% wieder her, wenn das andere Passiv vorher gegriffen hat. Ja. Also doppelt gemöppelt. Hm. Kein schlechter. So, gucken wir uns an, was ist hier los. Also, 1383 Angriff, 1400 Schild, 2300 Leben. Klassische Werte aktuell. Schneller Held, guter Held. So. Oh, pass auf, die Kabel nicht rausrutscht hier. So. Bei Ursache 240 Schaden bei allen Gegnern. Also 240%. Ne. So, das haut dir jetzt kein raus. Ja. Das haut dir jetzt kein raus. Ähm. Ist halt Schaden. Ja. Aber ist jetzt auch nicht massiv. Ne. So. Alle Verbündeten haben eine Chance von 45% Spezialfähigkeiten für 3 Zwieger auszuweichen. Jedes Ausweichen verstärkt das Leben um 250%. Das verstärkte Leben kann die maximale LP übersteigen. So. Das ist wiederum spannend. Was haben wir hier für einen Held? Gefühlt haben wir eine Mischung aus Kadilen im Kostüm und Hanitra. Bei Hanitra ist es ja so, die macht keinen Schaden, sondern es gibt nur Ausweichen und Lebenserhöhung. Und bei Kadilen ist es so, die macht halt Schaden und macht Ausweichen, aber ohne Lebenserhöhung. Also haben wir hier quasi eine Kadilen mit Kostüm und Hanitra. So. Also eine Hanitra. Was ja fast wie Cecilia sich anhört. Verstehst du? Ja? So. Ähm. Mehr macht die nicht. Aber das ist interessant. Weil die ist jetzt, wie gesagt, keiner, der den Gegner raushaut. Aber als unterstützender Held durchaus interessant. Kein angreifender Held, ein unterstützender Held. In der Defensive könnte das extrem nerven. Ja? Du kannst ihr keine negativen Effekte geben, weil da gibt immer gleich Angriffsverstärkung obendrauf und du gibst ihr noch Heilung mit dazu. Jetzt nicht viel die 5%, aber besser haben als brauchen wir. So. Ähm. Von daher ist das schon nicht schlecht. Ist es der Game Changer auf Erden? Nein. Ich würde sagen nein. Ich würde sagen nein. Aber weit weg von schlechter Held. Also ich kann mir vorstellen, dass viele, die Cecilia ziehen würden, ähm, sich freuen. Weil es was bringt. Also wenn ich Cecilia ziehen würde, würde ich mich darüber freuen, weil es ein schöner, unterstützender Held in Dealer ist. Ist es der Game Changer auf Erden? Nein. Ich glaube nein. Dann haben wir noch einen. Armel. Armel mit Ärmel. Ja, also sie haben ihm welche gegeben, zum Glück. Ja, weil ansonsten wäre echt, also dann hätte man auch, ja, dann hätte man ja so viele Witze machen können. Ja, ich persönlich finde es ja nicht so schön, dass er ein totes Tier auf der Schulter hat. Ist aber Schmacksache, aber der tote Tier, auch wenn es kein Hund ist, erinnert mich an Alfred, wie er da so liegt. Komme ich nicht drauf klar. Er ist Familie Bären. Bärenfamilie. So. Alle erhalten eine negativen Statusänderung der Verteidigung, werden durch eine 40, 60 oder 70 prozentige Verteidigungsstärkung für drei Züge ersetzt. Okay, das heißt also, er ist nicht, warte mal, wir müssen mal gucken. Bei ihr war es doch egal was, ne? Alle erhaltenen negativen Statusänderungen, genau. So, und bei ihm geht es quasi nur um die Verteidigung. Also der Bär ist nur Defensive. Ja? Also wenn du da ein Deathdown drauf gibst, dann kriegt der Schild hoch. Ganz einfach. Ja? So, Passiv, auch bei ihm, 5% Leben, alles klar. So, 1424 Angriff, 1380 Schild und 2295 Leben. Auch wieder klassische Werte, leider heute für die Helden. Er ist schnell. Wieder gut. Ne? Er entfernt Boni von allen Gegnern und das zuerst. Das ist mega. Erstmal grundsätzlich. Ja? Verringert das maximale Leben aller Gegner um 400. Der Effekt wird stärker gegen Ziele mit verstärktem Leben. Das kennen wir mittlerweile. Ja? Und alle Gegner erleiden danach 618 Frostschaden über drei Züge. Heißt, summa summarum circa 200 Frostschaden pro Zug. So. Mehr macht auch er nicht. Also sie haben mal angefangen, die Texte mal nicht zu vergrößern, sondern sie zu verkleinern. Erstaunlich. Kann man sie besser merken. So. Was halten wir jetzt von dem? Ähm. Also. Grundsätzlich halte ich fest, erst Boni entfernen immer gut. Ja? Immer gut, weil das kann man immer wieder gebrauchen. Also wie oft hat man tatsächlich mehrere Angriffe auch im Krieg zum Beispiel, wo du glücklich bist, wenn du Boni entfernen kannst vorweg. Oder wo du dann schon auf der Jagd bist. Ah, scheiße, ich hab keinen Boni-Entferner mehr, nur noch irgendwie so eine Krücke Melendor oder so. Ne? So. Das macht er. Das ist schon mal gut. Verringert das Leben finde ich per se auch eigentlich sehr gut, weil dadurch, dass er schnell ist, kann man erstmal davon ausgehen, dass man noch auf relativ viele Gegner trifft, die noch einen sehr hohen Anteil an Leben haben. Ja? Dadurch, dass ja mittlerweile, haben wir ja gesehen, beim Krieg der Drei Königreiche es mittlerweile Helden gibt, die ihn sehr schnell Leben verstärken, kann das also auch eine richtig schöne Waffe sein, um genau bei solchen Gegnern, wo extrem flott Überheilung entstanden ist, die wegzuknattern. Von daher finde ich das echt spannend, dass er diesmal mal keinen Schaden macht, sondern halt nur, also nur die Verringerung. Weil je nachdem, gegen welchen Gegner du antanzt, kann das weit über 400 Schaden Lebensreduzierung hinausgehen, ja? Und wenn der dann mit 800, 900 Schaden auf alle raufkloppt, Lebensreduzierung Schaden auf alle, dann ist das schon satt. Weil das macht auch keinen Sprühregen, ne? Also, Goblin, Sprühregen und so, ne? Entschnell mit, ähm, also der haut dir keine 900 auf die Fresse. Von daher, das finde ich geil. Alle Gegner leiden 618 Frostschaden über drei Züge. Nachdem das Leben reduziert wurde, Frostschaden hinterher. Ja. Warum nicht? Also ich finde es, äh, durchaus ein brauchbarer Held und ich bin auch der Meinung, durchaus brauchbar in der Offensive. Also ein schöner, offensiver Held. Mein Fazit zu Armel mit Ärmel. Armel, das werde ich mir nie merken können. Die werde ich immer irgendwie anders nennen. Keine Ahnung. Hose. Vielleicht. Einfach damit ich es mir besser merken kann. Ja? Also cool. Der ist auch nicht schlecht, aber den kennen wir schon. Ja? So, also sie und sie sind neu. Wenn ich mich recht entsinne, war es das. Dreier oder Vierer Neuer? Gibt es nicht. So. Ist das jetzt ein Portal, wo man beschwören sollte? Hm. Das kommt immer drauf an. Ähm, da sind schöne Helden bei. Brauchen wir nicht drüber reden. Die beiden Helden, die neu sind, kann man gebrauchen. Ich glaube auch, in höheren Accounts kann man die gebrauchen. Ähm, mag auch Leute geben, die es nicht brauchen. Aber ich glaube, dadurch gerade auch, dass er hier, äh, sie als Supporter, äh, mitgenommen werden kann, ist das durchaus interessant. Und er mit seiner Lebensverringerung könnte ich mir vorstellen, dass da auch diverse Gegner unterwegs sind, ähm, wo man ihn einsetzen kann. Ein schöner ist halt auch, er ist blau, ne, trifft sich halt sehr gut gegen die ganzen Hardhors. Rein zufällig. Also, die ja dann auch Überheilung geben. Also von daher passt das schon ganz gut. Ja, was soll ich sagen? Hm. Ob ihr beschwört, ja, seht ihr, wenn das nicht angeht? Oder wie war das? Nee, war anders, ne? Naja, ist auch real. Ja, das war Heldenvorstellung. Ich glaube, zwei brauchbare Helden, ähm, die es sich lohnen würde, zu leveln, wenn man sie dann bekommen sollte. Ähm, ich selber werde hier, glaube ich, nicht beschwören. Ähm, das hat den Hintergrund, hier sind ja auch noch viele, also Quinten habe ich, also viele, also die sind alle auch durchaus brauchbar, Levena ist jetzt auch nicht verkehrt, auch Ryan zum Beispiel, den fand ich immer mega unangenehm, also sehr cool, aber sie sind halt alle auch schon mittlerweile ins Alter gekommen, ne? Also jetzt hier, äh, Winnie, Teddy und, äh, Lysanoa, nicht? Ähm, aber hier Eloise und so, die sind halt alle auch schon, ähm, in ihr Alter gekommen. Du siehst halt, 1077 Stärke, die neuen haben 1300, ähm, die Chance ist natürlich hoch, dass ich eventuell alte bekomme, wo ich dann vielleicht auch nicht so glücklich bin. Ihr seht, ich habe vier Beschwörungen am Münzen, werden sicherlich noch ein bisschen was dazukommen, wenn ich jetzt anfange, dann, äh, die Quest zu spielen, aber wäre jetzt nicht mein Portal, wo ich aktuell diesen Monat zum Beispiel was machen wollen würde oder werde. Von daher wird es da keine Beschwörung von mir geben. wenn ihr beschwören solltet, drücke ich euch die Daumen und wenn ihr einen der beiden kriegt, dann freut euch, weil die sind durchaus brauchbar. Jo, das war die Heldenvorstellung und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn Small Giants wieder, äh, Helden raushaut. Bis dahin, macht's gut. Ciao.